Fragen Sie sich, was unsere digitale Tagungsplattform ausmacht? Gerne gebe ich Ihnen einen Überblick. Nach dem Login sind Sie sofort auf der Startseite. Dort kommen Sie mit nur einem Klick unter anderem auf die Agenda. In der Agenda finden Sie sich leicht zurecht. Sie ist pro Tag in Fachvorträge und Diskussionsräume aufgeteilt. Über den Klick auf einen Agenda-Punkt kommen Sie zum Vortrag im Livestream, können Sie Fragen zum Vortrag stellen, anonym oder personalisiert, können Sie gegebenenfalls an Umfragen teilnehmen und Sie erhalten Informationen zum Referenten. Je nach Format können Sie sich in den Diskussionsräumen mit unseren Referenten austauschen. Schalten Sie sich ganz einfach per Audio und gerne auch per Video hinzu. Die Tagungsplattform ermöglicht Ihnen folgende Netzwerkmöglichkeiten. 1 zu 1 Chat mit Teilnehmern, Fachbeirat und Referenten. Klicken Sie hierzu einfach auf die Listen und den gewünschten Gesprächspartner. Über den Matchmaking-Bereich können Sie sich anhand Ihrer fachlichen Schwerpunkte der sogenannten Tags mit anderen austauschen. Hier sehen Sie, wer über ähnliche fachliche Schwerpunkte verfügt. Schauen Sie gerne auch im virtuellen Ausstellerraum vorbei. Sie können das Standpersonal per E-Mail oder 1 zu 1 Chat kontaktieren. In unserer Networking Lounge treffen Sie Gleichgesinnte zum informellen Austausch. Wir freuen uns auf Sie!